Unser nächster Referent ist einer der Veranstalter und Gastgeber, nämlich von Insekt Respekt, Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, geschäftsführender Gesellschafter der Reckhaus GmbH & Co. KG. Er hat Insekt Respekt initiiert, wird dazu auch gleich etwas sagen und mit diesen Gütezeichen auch schon sehr viele Zeichen gesetzt, auch selber schon Preise gewonnen, Schweizer Ethikpreis, Deutscher Vordenkerpreis und der Preis der Bertelsmann Stiftung. Mein gutes Beispiel. Herzlich willkommen, Dr. Reckhaus. Vielen Dank, guten Tag zusammen. Ich habe nicht viel Redezeit und darf Ihnen darüber berichten, was sich in den letzten zwölf Monaten bei uns getan hat. Es geht darum, Ihnen ganz konkret Praxisbeispiele zu zeigen und Kooperationen, mit denen wir uns gemeinsam stark machen für Insekten. Bevor ich Ihnen das erzähle, möchte ich Ihnen ein bisschen was von unserer Geschichte erzählen und über die Relevanz des Themas. Relevanz des Themas, da hat Herr Thunbrink ganz motivierend schon darüber gesprochen, Insekten sind sehr wichtig. Ein Drittel aller unserer Nahrungsmittel gehen auf Insekten zurück. 75 Prozent aller Pflanzen brauchen die Insekten und es gibt ganz viele Tiergruppen, die ohne die Insekten gar nicht leben könnten, weil die Insekten ein Schlüsselelement sind in der Nahrungskette und damit ein Schlüsselelement in allen Ökosystemen. Wir brauchen viel mehr und einen neuen Respekt vor den Insekten, denn die Insekten sind vor uns da gewesen und die Insekten können ohne uns überleben. Aber wir, wir können nicht ohne die Insekten überleben. Und der ist der Insektenforscher der Welt, Edward Wilsen, sagt, ohne Insekten überleben wir Menschen nur wenige Monate. Erstens, Insekten sind wichtig. Und jetzt kommt leider, leider zweitens, das hat Herr Thunbrink auch schon angesprochen, die Insekten gehen dramatisch zurück. Mindestens 30 Prozent aller Arten sind in Deutschland in ihrem Bestand gefährdet. Das sind offizielle Zahlen. Die Wissenschaft weiß das schon lange, aber auch die roten Listen. Die offiziellen Dokumente beweisen, dass mittlerweile über 40 Prozent auch gefährdet sind. Fünf Prozent sind schon komplett ausgestorben. Und Herr Thunbrink kann vor der Krefelder Studie berichtet, dass 80 Prozent oder 75 Prozent der Fluginsekten zurückgegangen sind. Das ist eine Studie, aber es gibt viele Studien. Und eine tolle Studie ist auch von Herrn Reichholf, der sich 35 Jahre mit den Schmetterlingen beschäftigt hat. Und er hat deutschlandweit nachgewiesen, dass die Schmetterlinge in den letzten 30 Jahren um 90 Prozent zurückgegangen sind und überlegen sich mal, wie sehr man sich freut, wenn man dann überhaupt noch einen Schmetterling sieht. Ja, wir als Reckhaus stellen Insektenbekämpfungsprodukte her für den privaten Gebrauch im Haus. Insektensprays, Ameisen, Köderdosen, Mottenpapier, all das, was Sie aus dem Drogeriemarkt her kennen. Und dann hat man ein Problem zu Hause. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen von Ihren Eltern solch ein Unternehmen. Da kann man auf der einen Seite sagen, ja toll, Glück gehabt. Auf der anderen Seite, wenn man reflektiert, wie wichtig Insekten sind und wie Insekten zurückgehen, haben sie ein Problem, nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern sie haben ein Problem mit der ganz eigenen Person. Und ja, ich denke, eine große Botschaft unserer Tagung ist hier, dass wir möglichst viele Menschen anstecken, anzünden, motivieren zum Umdenken. Wir brauchen mehr Respekt. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen, wie ich zum Umdenken gekommen bin. Denn ich habe tatsächlich 15 Jahre das Unternehmen geführt und nicht über den Wert von Insekten nachgefragt. Mich haben zwei Künstler darauf gebracht. Frank und Patrick Riklin aus St. Gallen haben mich auf die Schattenseite meiner Produkte aufmerksam gemacht und haben mir einfach klar gesagt, deine Produkte sind einfach nur schlecht. Du musst mal über dein Geschäftsmodell nachdenken. Und du solltest weniger Insekten töten und viel mehr Insekten retten. Mach doch die Rettung zu deinem Geschäftsmodell. Und die beiden haben mich wirklich zum Umdenken gebracht. Sie haben mich ganz unten im Herzen getroffen. Und das ist sechs Jahre her. Und seit sechs Jahren sind wir unterwegs. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich mit mehreren Biologen zusammengesetzt. Wir haben ein einzigartiges wissenschaftliches Modell gebaut. Wir haben uns damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten töten unsere Produkte. Auf der einen Seite, das ist die linke Seite, das ist der Eingriff. Das heißt, wir können heute sagen, wie viel Milligramm in Biomasse bekämpft tatsächlich ein Produkt. Und auf der anderen Seite legen wir insektenfreundliche Lebensräume an, um diesen ökologischen Schaden zu kompensieren. Kurzgefasst die ersten ökoneutralen Biozide der Welt. Eine eigentlich ganz tolle Innovation. Ich war dann so begeistert davon, dass ich nicht mehr in unsere Hausmarke Rekozit investiert habe, sondern eine eigene Marke gegründet habe, Dr. Reckhaus. Aber je länger ich mich damit beschäftigte mit dem Thema Insekten, desto klarer wurde mir, nicht nur ich soll umdenken. Die ganze Branche soll umdenken. Meine Konkurrenten sollen umdenken, die Handelsbetriebe sollen umdenken. Und deswegen habe ich dann das Gütesiegel Insektrespekt gegründet, dass ich Dritten zur Verfügung stelle. Das heißt, Dritte nennen mir ihre Produkte, ihre Produktmengen. Ich rechne den ökologischen Schaden aus und lebe davon, dass ich nur noch insektenfreundliche Lebensräume anlege. Ich finde das eine wunderbare Perspektive. Das ist Insektrespekt, das erste Gütezeichen für einen neuen Umgang mit Insekten. Kurz, bevor ich zu unseren Praxisbeispielen komme, unsere Philosophie. Die Kompensation hat mich am Anfang als Kaufmann extrem begeistert, weil ich dachte, dann malen wir das Produkt grün an und sagen dem Kunden, hab ein gutes Gewissen, kauf mehr. Aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftigte, wusste ich, das bringt nicht wirklich was. Wenn die Insekten so dramatisch zurückgehen, dann bringt es gar nicht, das zu neutralisieren. Also wir müssen aktiv Insekten auch fördern. Und deswegen ist das erste, was bei uns in der Philosophie steht, die Vermeidung und Reduzierung der Insektenbekämpfung. Wir sagen dem Kunden heute, kauft weniger Insektenbekämpfungsprodukte, kauft auch ökologische Insektenbekämpfungsprodukte. Wir wenden uns immer mehr ab von Insektiziden. Wir unterstützen nur insektizidfreie, umweltfreundliche Lösungen. Und wenn ihr dann immer noch Insektenprodukte braucht, dann aber bitte mit Kompensation. Diese Kompensation gibt es nur bei mir und bei den wenigen Unternehmen und Geschäftspartnern, die jetzt vorangehen. Und deswegen geht das für uns auf. So, das jetzt mal genug von der Theorie und Strategie. Und nun kommen wir ganz konkret zu Praxisbeispielen aus den letzten Monaten. Was haben wir alles für die Insekten getan? Wir brauchen eine Lobby für die Insekten. Das ist das Zentrale auch dieser Tagung. Wir brauchen gemeinsam eine Lobby. Alleine schaffen wir es nicht. Wir brauchen Kooperationen. Wir brauchen Netzwerke. Wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung. Und dazu, was haben wir jetzt getan? Praxisbeispiele, Kooperationen. Im November, gerade hier auch in diesem Raum, in diesem Hotel, haben wir mit der Bertelsmann Stiftung als Kooperationspartner die Tagung Wert von Insekten realisiert. Eine wunderbare Sache mit Klaus Töpfern und Herrn Thumbrink und vielen namhaften Referenten. Wir haben eine tolle Konferenzdokumentation gemacht, die wir auch dieses Mal machen. Ich lade Sie sehr ein, nach der Tage auf unsere Internetseite in sektrespekt.org zu gehen. Dort finden Sie diese ganzen Unterlagen. Wir konnten glücklicherweise, und das ist einfach solch ein starkes Zeichen für Umdenken und Engagement, ein Unternehmer so begeistern, dass er gesagt hat, das war jetzt November, es war kurz vor Weihnachten, ich verzichte auf meine Weihnachtsgeschenke, an meine Geschäftspartner. Dafür spende ich 25.000 Euro dem NABU, damit der NABU mehr in die Forschung und Unterstützung von Insekten stecken kann. Und das ist Herr Habich und der Habich ist heute auch hier. Herr Habich, wo sind Sie? Da hinten, bitte stehen Sie doch mal kurz auf. 25.000 Euro hat er einfach so gespendet. Für mich ein wunderbares Beispiel von Umdenken und Engagement und es geht weiter. Wir waren gerade gestern bei Herrn Habich, da wird jetzt eine große Fläche, eine brachliegende Fläche in ein Insektenparadies umgewandelt. Es geht weiter. Wir konnten auch den Unternehmer Armin Halfer in Bielefeld anstecken. Der hat vorher, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ist jetzt leider heute verhindert, nicht zu nahe treten, hat vorher nicht über Artenvielfalt nachgedacht. Überhaupt nicht. Aber das hat ihn einfach so begeistert, dieses Thema. Da hat er von sich aus den ersten runden Tisch für Artenvielfalt ins Leben gerufen. Hier sehen Sie unseren ersten Arbeitskreis. Frau Fischer ist auch da aus dem Arbeitskreis und Herr Rehm. Wir haben uns mittlerweile schon dreimal getroffen und wir wollen jetzt hier in der Region mehr Unternehmer anstecken, ihre brachliegenden Flächen in Insektenparadiese umzubauen. Insektenparadiese bauen wir auch weiterhin ganz aktiv selbst. Gerade gestern haben wir auf unserem Firmengelände über 900 Quadratmeter in Insektenparadiese umgewandelt. Und Insektenparadiese sehen so aus, das ist meine Beispielfläche von uns. Wir haben immer zahlreiche Pflanzen, Pflanzen, die lange blühen und lange vielen verschiedenen Insekten eine Blütennahrung anbieten. Wir haben Anhügelungen, wir haben Steinhaufen, wir haben Totholzhaufen. Diese Totholzhaufen, die sehen immer so harmlos aus. Bei uns ist überhaupt nichts harmlos. Wenn Sie da oben so neun Stämme sehen, da oben rechts, dann sind das neun unterschiedliche Holzarten und neun unterschiedliche Altersstufen von fünf Monaten bis fünf Jahre oder zehn Jahre. Wir denken immer in Richtung Artenvielfalt. So sieht ein Insektenparadies aus. Wir publizieren weiter, geben Bücher raus, schreiben Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften, um unser Thema weiterzubringen. Wir bieten eine Insektenbestimmung an. Das heißt, die Menschen, also die Kunden, die Bürger können uns einfach so Insekten zusenden. Normalerweise wissen sie nämlich gar nicht, welches Insekt haben sie zu Hause. Wir bestimmen das und beraten sie. Wir forschen ganz aktiv. Wir haben zusammen mit Herrn Schulze, mit der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen unsere Flächen monetiert, haben festgestellt, was krabbelt und fliegt da. Wir haben uns mit dem Straßenverkehr beschäftigt. Wir haben ermittelt, welche und wie viele Insekten werden im Straßenverkehr getötet. Auch das sind ja Felder, wo wir Insekten bekämpfen und wo wir neue Lösungen brauchen. Dann haben wir ein moduales Ausstellungskonzept gebaut, das bereits auch dreimal ausgestellt worden ist, über den Wert und die Bedrohung von Insekten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, kontaktieren Sie uns. Diese Ausstellung können wir groß machen, die können wir klein machen. Wir stellen Ihnen diese zur Verfügung. Wir haben ganz tolle Feedbacks zu diesem Konzept, zu diesem Modul. Wir arbeiten intensiv mit den Medien. Wir brauchen die Medien. Wir müssen in die Gesellschaft kommen. Wir müssen möglichst viele anstecken zum Umdenken, um eben mit den Insekten anders umzugehen. Und wir haben in den letzten vier Jahren über 500 Medienartikel gehabt in Zeitung, Radio und Fernsehen. Das heißt, wir können wirklich etwas bewegen. Und wir sind ganz, ganz happy. Vier Jahre hat uns niemand verstanden. Wir haben 0%, 0 Euro Umsatz gemacht mit Insektrespekt. Niemand konnten wir dafür gewinnen, dass seine Produkte das Gütesiegel tragen. Und der erste große, der umgedacht hat, sind die DM-Drogoriemärkte in Karlsruhe. Und seit letztem Sommer trägt eben die Eigenmarke von DM das Gütesiegel. Wir haben insektenfreundliche Lebensräume für sie angelegt. Und wir haben denen aber auch gesagt, es geht nicht nur primär um die Kompensation, sondern es geht darum, den Kunden zum Umdenken zu bewegen. Und deswegen haben wir ganz umfangreiche Informationen auf den Verpackungen und geben dem Kunden Hinweise zur Prävention. Und da steht wörtlich obendrauf, vielleicht können Sie es lesen, ganz links oben. Ziel ist, das muss ich Ihnen zeigen, Ziel ist, dass in Zukunft weniger Bekämpfungsprodukte eingesetzt werden. Das ist für uns die neue Ethik in der Insektenbekämpfung. Man muss hinschauen, was hat man für Insekten, muss man die Insekten überhaupt bekämpfen? Und wenn ja, dann bitte mit solchen Produkten und dann in Zukunft auch Insektennetze einsetzen, damit die Insekten erst mal gar nicht wieder ins Haus kommen. Und ein weiterer ganz, ganz toller Erfolg für unsere Geschichte. Seit letzter Woche, seit letzter Woche, das ist ganz aktuell, arbeitet auch Aldi Süd mit uns zusammen. Prietext, das ist die Eigenmarke von Aldi. Und jetzt bin ich bei den großen Partnern. Rewe mit zwei Repräsentanten, die auch teilweise Referent heute sind, ist auch hier. Und wir sind sehr stolz und glücklich. Mit Rewe arbeiten wir noch nicht zusammen, machen keine Produkte, aber Rewe unterstützt den Tag. Und insofern ist unser Thema Insektrespekt bereits bei den drei ganz großen angekommen, die uns jetzt unterstützen. Also vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz tolles Engagement. Ich komme zum Schluss. Was tun wir ansonsten noch für Interessierte, für Partner, die uns ansprechen? Was kann man gemeinsam machen? Wir entfernen uns immer weiter von den Bioziden und beschäftigen uns immer mehr damit, für Menschen, für Kooperationen, insektenfreundliche Lebensräume anzulegen. Wir machen Machbarkeitsstudien. Wir machen Abstimmungen zwischen Architekten und Statikern. Wir arbeiten Konzepte aus. Wenn wir Flächen eröffnen, laden wir auch die Medien ein, um eben auch da wieder gesellschaftliches Bewusstsein hervorzubringen. Und wir bauen uns da richtig eine Dienstleistungskompetenz aus. Wir machen Verträge, dass wir diese Flächen auch jahrelang begleiten, dass wir sie pflegen, dass wir da alles dokumentieren. Wir bieten auch ein Monitoring an für die Flächen. Wir bieten an, dass wir Mitarbeiter oder Interessierte über diese Flächen führen, redaktionelle Beiträge und noch einmal auch unsere museale Ausstellung, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen. Sie sehen eine ganze Menge an Aktivitäten, die sehr viel Spaß machen und uns wirklich voranbringen. Und damit nochmal meine Motivation an Sie, lassen Sie uns gemeinsam eine Lobby für Insekten aufbauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.